Hallo Freunde, wir sind wieder zurück und das ist nicht mehr Minecraft, wir spielen jetzt ein Horrorspiel. Ich vergesse alles und für Herrn Sibi ist das der Horror. Herr Sibi? Sorry, das war so doof. Ich wollte gerade sagen, ich gucke dich mit Optifine an. Ich gucke dich so anders. Ja, ich habe den Kopf noch zu dir getreten. Ja, genau. Das habe ich gesehen. Warte mal, ich mache mal die andere Musik. Ah. So, dann muss ich hier wieder so tun. Dann muss ich so tun. Jetzt habe ich ein Bild gemacht, wie du... Ey, ist ja ein Schwert. Scheiße. Oh, durch die Tür. Ich bin ein Magier. Magie. Ja, hier ist unser wunderschönes Haus. Da unten ist Hugo. Da. Wir haben noch gar keinen... Die Schneemänner sind alle weg. Fällt mir gerade ein. Herr Sibi? Ja, die haben wir doch... ...aufgeräumt. Was soll ich mit dem ganzen Möhren? Meinst du, Hugo mag Möhren? Warum ist hier Schnee drin? Wo ist dein Schneemann denn? Ach, ich hatte ja einen Schneemann. Der war doch noch da. Ist er runtergegangen? Oder nach oben. Ach da. In welcher Ecke habe ich jetzt nicht geguckt. In welcher Ecke? Wo? Ach, hier ist er. Ja, geh mal schön zu den Fackeln. Deutscher Globus. Ah, das Bankvertreter. Ja. Naja, mitmachen will, muss er halt arbeiten. Dann mache ich hier mal ein paar Rüben rein. So viele Rüben brauche ich nämlich gar nicht, ne? Lass Hugo in Ruhe. Ich weiß nicht, warum ich das kann. Lass Hugo in Ruhe. Lass meine Truhe in Ruhe. Ich kann das nur bei ihm. Hugo, hör auf! Das sieht wie der... Der treibt's mit meinem Bett und ich soll dann da drin schlafen. Fui Deibel. Viel Spaß draußen. Ja, ist doch schön. Der Mo... Mo... Mond. Au. Ja, ja. Er ist Feuer und Flamme für mir. Sterb endlich. Ach, ja. Endlich wieder hier, ne, Herr Sebi? Endlich hat Herr Sebi mal einen freien Termin. Und Herr Sebi hat mich geforged. Ich bin jetzt auf Forge. Welche Version ist denn das eigentlich? Weißt du das zufällig? Ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig, ne? Die aktuellste. Genau. Und ich habe wieder meine Minimap. Das ist der Kreisel da. Und ich habe schönere Töne. Ja, und ich sabbel hier rum. Wir wollten was bauen. Ich baue meinen Marktplatz. Ja. Ich werde hier vorne ein bisschen Terraforming machen, was ich gesagt habe. Das müssen wir hier wegnehmen, wenn wir hier mal was bauen wollen, ne? Und wenn du irgendwas brauchst an Materialien... Ich suche gerade Robbestein. Hier draußen hatten wir auch noch was. Ansonsten müssen wir ein bisschen in die Abbauwelt gucken. Truhe schließt. Truhe öffnet sich. Schritte. Schritte? Wolf hechelt? Block zerstört? Schritte? Tür knarrt? Das ist wie ein Horrorfilm. Horror. Horrorart Textadventure. Ich habe Angst. Aha. Oh. Warum? Sie strahlt wärmer aus. Ja, so kriegen wir unsere Wege dann gekennzeichnet. Die machen wir einfach mit Fackeln oder mit Laternen. Weil das schneit uns ja hier alles zu wieder, ne? Ist jetzt nur eine sporadisch, spontane Idee. Ob wir das nachher wirklich so machen, steht ja erstmal auf dem anderen. Ich brauche eine Schaufel und meine Schaufel ist fast kaputt. Jetzt einfach ganz viele Köpfe hin. Sechs haben wir schon. Du hast Sex mit Köpfen? Fui. So, mit meinem Taschen. Na, jetzt erstmal alles, was ich nicht brauche. Da rein. Ach so, jetzt ist eine eisene Droge da draußen. Nö, ist alles gut. Ich muss mal, glaube ich, ich hätte mal vorher ein bisschen leer räumen sollen. Pulver behalten wir natürlich. Aber das kann alles weg hier. Ich schmeiß sogar Blumen weg. Ja, das schmeiß ich jetzt auch weg. Da kriegen wir genug von. Schneeballe nicht. Da bin ich affin. Schneeball ist wichtig. Ich hab ein Potzol. Was ist das? Ein was? Ein Potzol hab ich. Jetzt hab ich die ganze Erde weggeworfen. Jetzt brauch ich einen Erdblock. Einen brauch ich. Potzol steht da. Warte mal. Ja, da kannst du, glaube ich, Pilze draufpflanzen. Nee, Pilze war ein anderer Block. Keine Ahnung. Einfach Block. Geh in die Abbauwelt. Du gehst in die Abbauwelt? Das ist schön. Ich geh Stein und Kies holen. Ja. Oh, ich hab schon wieder zu viel. Ah nee, Kies kriegt man ja auch. Ach nee, hier kriegt man ja auch Kies. Das ist ja nicht mehr die andere. Wir entspannen uns jetzt ein bisschen, ne? Aber nicht so laut, ne? Nicht immer pupsen. Bist du hier nicht zu Hause? Außerdem mach ich das. Das ist wie mit dem Scheiß. Auf einmal, einmal ne Woche. Einmal die Woche. Das ist doch nicht normal. Meine Schaufel ist gleich kaputt. Gleich ist sie kaputt. Oh. Na, ich baue mir ne neue. Nein. Guck mal, da ist schon mal noch eine Höhle. Hä? Man kann einen Faden. Ich hab einen Faden gespannt in der Höhle. Äh, in. Das muss ich jetzt mal untersuchen. Was hab ich denn hier gemacht? Man kann ein Seil... Hä? Das ist ja lustig. Ach, Curry, machst mir Licht. Das war nett. So, wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja wieder XP sammeln, weil ich hab auf letztes Mal so viel XP auf einmal verloren, wegen des Verzaubern. Ja. Trotzdem, trotz ich nicht viel, der zaubert habe. Ach, weise. Ich nehm alles mit. Nimm alles mit. Da ist nix da. Curry kann ich nicht mitnehmen. Den kann ich nicht teleportieren. Oh Gott, spinn. Ich find ja die neuen Höhlen schön, aber die sind ganz schön gefährlich. Ja. Ich bin froh, dass Curry momentan nichts macht. Solltest du Hilfe brauchen, musst du dich melden. Dann komm ich gerne zu dir. Bis dann kommt die Wäldung und ist gestorben. Oh ja. Oh ja? Hat er sich gefreut, dass sie ihn gehauen hat? Nein. Ich sagte, ich bin gleich tot. Oh. Nee. Nein. Ah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, Herr Curry. Nein, hier bin ich gekuschelt. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Dieser Kuschel-Bedürferung. Das geht hier aber richtig runter, als ob wir... Die haben ja schon gebaut, ne? Aber guck mal, da oben sind doch normale Bruchsteinblöcke drin. Das ist doch nicht normal. Doch. Ach so. Das ist eine ganz andere generierte Abbauwelt. Ach so. Na gut, dann glaub ich dir das. Kann ein Mod auch wieder raushauen? Wehe, ja. Das ist ja eh nicht, was hier anders ist. Das ist aber schöne Musik. Ja, ist gut für Krebs. Ja, der geht davon weg. Ne, da kommt er erst. Und dann geht er wieder weg. Glaubst du mir nicht? Das glaube ich dir überhaupt. Das stimmt allerdings auch. Nie glaubst du mir was. Wir sind keine Glaubensbrüder. Hier, wir kaufen. Oh, ha, 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 Freunde. Ja, jetzt weißt du, was ich meine. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Obwohl, das war ein schöner Curry. Hast du Feuerpfeile? Cool. Meine Kohle. Ja, ha, 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 ha. Ja, hab ich schon gesehen. Früher war das schön, wo man die noch auf den Kopf setzen konnte, die Fackeln. Tja, und dann holen wir Edmonds. Ich glaub, wir sind draußen. Ich geh weiter in die Höhle. Ja, ich hab was gefunden zum Spielen. Ab. Eisen, Karnischern. Kohle sowieso nicht. Kohle? Du baust einfach heimlich Kohle ab. Wir brauchen noch eine riesenlange Minenstrecke mit dem Minecart, dass wir unsere automatische Bambusfarm hierher kriegen. Wir haben unendlich viel Saft im Ofen. Der Tunnel dauert auch nicht lange. Nee. Strecke ist hier nur gefühlt doppelt so lang. Der dauert ganz bestimmt nicht lange. Das machen wir doch zwei Stunden. Mindestens. Du bist ganz schön frech, du. Hey, streu hier mal nicht durch Blut. Blut? Ich hab Nasenbluten. Das ist ansteckend. Oh, lag das. Oh, der ist auch schön. Den nehmen wir auch mit. Oh, oh. Ah, Gold. Oh, Gold. Ich hab das schwarze Gold. Ja, die Lava da unten streitet Licht, aber irgendwie ist die Hülle so dunkel. Ich hab Diamanten. Ich hab Diamanten. Ah, cool. Ich hab Diamanten. Mann, ich hab die falsche Spitzhack genommen. Du doofkopf. Du doofkopf. Du doofkopf. Ich hätt Glück drei nehmen müssen statt Glück zwei. Ich bin voll. Nö, doch nicht. Warum kann ich das nicht? Warum kann ich das nicht aufnehmen? Was hab ich denn hier? Ach, ne Glasscheibe. Glasscheibe? Ja, ich hatte noch ne Glasscheibe im Moment. Konnte das Lappeslazuli nicht aufnehmen. Ist das Redstone? Ja. Nein, ich will das Auge nicht. Ton? Ton haben wir früher mal gesammelt, ne? Hm. Ach ja. Ich wollte eigentlich nur Steine holen. Was mach ich? Ich hol wieder alles. Ja. Dito. Schön, an der Abbauwelt ist es, gibt's mal wenigstens mehr Gold. Kein Mensch nutzt die Abbauwelt. Ja, die bauen alle in der Bauwelt ab, ne? Hm, hm, hm. Sensen, ich spiele ja, wir beschweren, dass das alles scheiße aussieht. Oder das Dach, äh, das Haus stützt einen. Das wär mal cool, wenn das passieren würde, wenn man das so doll unterhödelt. So ein Statik-Mod. Willst du sie kuscheln? Willst du sie kuscheln? Nö, will ich nicht. Hier sind ja, hier sind ja dunkle Graue, kriegt er bei mir jetzt. Cool. Und wie die hier rumzischeln, ne? Oh, 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 oh. Hallo, Willst du kuscheln? Willst du kuscheln? Willst du kuscheln? Ähm. Ich hab Diamanten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Denktrang mit Glück 3 abbau. Hab ich nicht. Idiot. Ich hab nie Glück. Ja, du machst das doch auch? Nee. Du hast gesagt, ich hab nicht an meine Spitzhacke gedacht. Ja, an meine Glück 3. Ich hab keine Glück 3-Spitzhacke. Sowas hab ich nie. Doch, hat es. Meine hat Glück 2. Ja, und? Dann kriegst du ja nur, wenn du Glück hast, nur 2 Diamanten raus, statt 3. Das gleiche bei der Kohle. Statt 3 Kohle, 2 Kohle, wenn du Glück hast. Ich glaube, 3 Kohle. Wo hat er die Diamanten überhaupt hingetan? Oder war das Lappels? Der Lappel, den hab ich eingesammelt. Achso, na, weil ich wieder voll bin. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Vielleicht mal weniger saufen. Das halt ich aber nicht aus. Saufen ist gut. Ich glaube, ich hab meine Werkbank zu Hause gelassen. Naja. Immer lässt du alles zu Hause. Oh, ich muss nie... Entschuldigung. Tiger, wann kapierst du's, dass du hier nix zu suchen hast? Und tschüss. Oh, jetzt drehen mir die Augen. Oh, du dreckig machen ist eine Sache, aber nicht den ganzen Schreibtisch noch. Genau. Aber ich glaub, sie wird es nie lernen, nie, weil sie's gar nicht will. Das ist alles ihrs. Aber was bleibt dir anders übrig. Du musst dir das zeigen, dass es nicht geht, ne? Ja, wenn sie zu Katze sagen, ach du, 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 bringt auch nichts. Nee, das funktioniert nicht. Oh, die wär auch gegangen zu Beginn. Die hab ich gesucht, aber die hab ich nicht gefunden. Aha. Au. Ah, warum ist hier nicht so viel los? Hallo, ich geh halt hier zu Hause. Heißt du, das Haus ist beleuchtet komplett und hier drin spawnt trotzdem die Kacke. Ach, ich bin zurückgegangen, ich bin in den Kreis gegangen. Scheiße. Ah, hier ist noch Eisen. Drei Bögen eventuell. Cool. Das Skelett hat man grad mit einem Hit fünf Herzen abgehauen. Hey. Wann sind Skelette so stark? Denkt dran, hier gibt's auch beim Hoesten Stein. Was hast du denn hier für ne Vollversammlung? Erschlag mich doch nicht. Ich bin nicht. Haut von Eisen. Richtig, man ist dann... Das war, das war... Ich schau doch auf ihn hier. Oh, 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 oh. Es gibt kein Zuhück mehr. Oh, oh, oh. Es gibt kein Zuhück mehr. Ich kann doch nicht immer den Sebi belästigen. Hier steckt ein Pfeil im Dings drin. Gut. Ups. Oh. Ja, Mann. Hoch, 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 hoch. Kein Zuhück mehr. Ich will kein Kuscheln. Noch Diamanten. Ich hab' schwarze Diamanten. Was ist das? Ach, Steinkohle? Kohle. Steinkohle. Das ist ja noch andere Kohle. Nö. Nö. Mod sagt einfach nur einen anderen Namen. Kohle. Kohle. Ach so. Ich hab' schon wieder so viel. Ich hab' schon wieder. Warum? Weil die Banane krumm ist. Weil kein Nett in den Urwald zog und sieht Banane gerade boh. Ich hab' noch eyes in den Fronten. roto Hops, 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 hops. Ah. Die Nase juckt. So ist wieder Steinkohle. Auf Steinkohle. Zu. Zu Ende. Wollt doch nur Stein. Auf Steinkohle.